Der Ölpreis steigt und steigt und statt damit auch der Benzinpreis. Ein Liter Most kostet inzwischen rund 1.80 Franken und ein Ende des Preisanstiegs ist nicht in sich. Darum arbeitet die Automobilindustrie intensiv an alternativen Antreiben für ihre Fahrzeuge. Vorne dabei bei diesen Forschungsarbeiten ist die Alt-Berner Fachhochschule für Technik und Informatik in Biel. Diese setzt auf Brennstoffzellen, die vielleicht schon bald als Mini-Kraftwerke in elektrisch betriebenen Autos eingesetzt werden können. Ralf Heiniger berichtet es. Autofahren ganz ohne Benzin und auch ohne Abgas. Die Idee ist nicht mehr Science-Fiction, sondern wird immer wieder konkreter. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist eine Brennstoffzellen im Anhänger von diesem Smart. Entwickelt wurde dies ja der Fachhochschule zu Biel. Der Smart-Anhänger mit der eingebauten Brennstoffzellen kann zwar das Auto noch nicht antreiben, liefert aber 10 Stunden lang 500 Watt Strom für unterwegs. Der Anhänger wird für mobile Anwendungen verwendet. Dort hat man meistens nicht unbedingt eine Steckdose in der Nähe. Darum hat man eine Lösung gesucht mit der autonomen Stromversorgung. Und da die Brennstoffzellen eine Zukunftstechnologie ist, haben wir das zusammen mit der Berner Fachhochschule entwickelt und den Anhänger eingebaut. In der Funktionsweise unterscheiden sich die Brennstoffzellen nicht von den anderen. Aus Wasserstoff wird über verschiedene Stationen Strom gewonnen. Mit diesem Strom kann man Laptops oder auch Kieberschränke betreiben. Der eigentliche Pluspunkt vom Klebetrailer ist aber vor allem seine Grösse, oder besser, seine kleine. Mit dieser Brennstoffzellen konnten wir eine sehr leichte autonome Stromversorgung ermöglichen. Und wie war das möglich? Wir haben neue Komponenten eingesetzt. Wir haben einen sehr kompakten Aufbau des Systems realisiert. Und somit konnten wir natürlich sehr an Material sparen und somit auch ein Lichtsystem aufbauen. Die Fachhochschule Biel hat ein spezielles Labor, das tagtäglich an der Weiterentwicklung von Brennstoffzellen geforscht wird. Hier sind ja schon Fahrzeuge entwickelt worden, die mit Brennstoffzellen Antrieb bewerten. Auf einen bezahlbaren elektrischen Personenwagen, den das eigene Brennstoffzellenkraftwerk mit sich führt, wird man aber noch klein müssen warten. Wir rechnen so 10 bis 15 Jahre, haben aber jetzt schon hier an der Fachhochschule ein Dreiräderungsauto, wo wir Brennstoffzellen-Systeme einbauen haben mit Elektromotor. Und wir werden natürlich weiter jetzt in diesen Jahren auch noch Forschungen machen. Wir werden Systeme in Autos einbauen, so wie auch autonome Stromversorgungen, wo ja auch ein Thema ist für Brennstoffzellen. Es gibt also noch einiges zu hübeln für Benjamin Fümey und seine Kollegen.